Hi, ich bin Mareile und ich bin Nico und unser Buch heißt, wie wir bessere Pferdemenschen werden. Genau, wir beide sind natürlich passionierte Pferdemenschen, wir sind aber auch sowas wie Menschenflüsterer, denn in unseren pferdegestützten Coachings unterstützen wir andere bei der Selbstreflexion. Und dafür sind Pferde ideale Sparringspartner, denn sie spiegeln eins zu eins, was für ein Mensch ich bin. Wir können jede Menge von ihnen lernen, vorausgesetzt wir hören ihnen zu und versuchen sie zu verstehen. Und darum geht es in unserem Buch, ums Verstehen und Verstandenwerden. Wir beschreiben, wie Mensch und Pferd ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander aufbauen und eine, ja man kann sagen, es ist ein Beziehungsratgeber, oder? Absolut, und zwar für eine entspannte Horse-Life-Balance. Die Ups und Downs meiner persönlichen Horse-Life-Balance, darüber erfahrt ihr etwas im Buch. Aber es gibt auch einen Workbook-Teil, den ihr selbst aktiv nutzen könnt. Es gibt zum Beispiel Yoga-Übungen, speziell für Reiter, jede Menge Experten-Tipps und hilfreiche Mentaltrainings-Techniken. Nicht zu vergessen die tollen Fotos vom Pferdestar-Fotografen Jacques Toffi. Alleine dafür lohnt sich der Kauf. Viel Spaß damit!